Wir spielen unser Letztes Lied, bevor vieler Lustig dann auf den Klaren kann. Versprochen ist er. Versprochen ist er. Versprochen ist er. Ich habe ein Lied dabei. Einen vorhanden Shetty. Aber diesmal spiele ich den mit. Kann ich Auto? Ich kenne mich auch nicht. Sonst ist es mir einfach zu tief. Und wir spielen dieses schöne Lied in der Urversion. Es gibt eine namenlose Band. Also namenlos nicht, eine unbekannte Band. Santiano oder so heißt sie. Die hat das auch gecovert. Und wir werden ganz oft gefragt. Covert ihr sogar Santiano? Nein, wir covert nicht Santiano. Und? Obwohl wir uns erst heute kennengelernt haben. Das muss man mal ganz lernen. Aber wir sind ja ein Mittelalter. Das muss man erst dann zusammen machen. Wir sind älter als die. Hat einer mal ein Läusemittel? Und deshalb spielen wir Männer mit Bärchen und ich brauche eure Unterstützung. Denn in der Urversion geht es folgendermaßen. Ihr müsst jetzt ein bisschen mitsingen. Hier nämlich. Hey ho! 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 Alle, die Beiber und Tante Wein lieben, müssen mein Name entfernt sein. Alle, die Beiber und Tante Wein lieben, müssen mein Name entfernt sein. Land und Wein und Glas und Pilz, die haben Werte, die haben Werte. Land und Wein und Glas und Pilz, die haben Werte, die fahren mit. Jetzt hat Jürgen! Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Alle, die will uns das Mahlros böse, grüßen Männer mit Werte und Zeit. Alle, die will uns das Mahlost töten müssen, wenn er mit Bärten sei. Jan und Hein und Lars und Pils, die haben Bärte, die haben Bärte. Jan und Hein und Lars und Pils, die haben Bär, die haben Geld. Wenn ich anfühle, die tot und Teufel nicht fürchten müssen, wenn er mit Bärten sei. Alle, die tot und Teufel nicht fürchten müssen, wenn er mit Bärten sei. Jan und Hein und Lars und Pils, die haben Bärte, die haben Bärte. Jan und Hein und Lars und Pils, die haben Bär, die haben Bärte. Jetzt hat ihn nur noch Takt nachseln. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Alle, die keinen Klabauter anfürchten müssen, wenn er mit Bärten sei. Alle, die keinen Klabauter anfürchten müssen, wenn er mit Bärten sei. Jan und Hein und Lars und Pils, die haben Bärte, die haben Bärte. Jan und Hein und Lars und Pils, die haben Bär, die fahren mit. Jan und Hein und Lars und Pils, die haben Bärte. Jan und Hein und Lars und Pils, die haben Bärte, die haben Bärte. Oh, da ist noch diese Bärte. Oh, da ist noch diese Bärte. Wollt ihr mal drei Oste über die Bärte hören? Ja, okay. Alle, die ihre Beine rasieren müssen, wenn er mit Bärte sein. Alle, die ihre Beine rasieren müssen, wenn er mit Bärte sein sind die Jacqueline, Chantal und Pils. Die haben Bärte. Die haben Bärte, die haben Bärte, die tragen Bärte. Die tragen Beiner bis zum Schlitz Sind die Jacqueline, Chantal und Pritz Die tragen Beiner, die tragen Beiner Sind die Jacqueline, Chantal und Pritz Die haben Beiner, sie haben mit Wir waren hier an dieser Stelle Die zusammengewöhnliche Irgendwas Die Band ohne Namen Die Namen ohne Band Okay, die Mittelalter-Band ohne, ganz ohne Namen Ja, super! Am Basis-Kämpfchen-Kämpfchen An dem Karton Auf dem Karton Unser Fox on the Box Fox Fox on the Box Und der Unglaubliche Der am schönsten Aussehende, Herr Walter, den ich je überhaupt gesehen habe Der großzügigste Da ist er! Scott McClendon Und hier am Taborin Die nicht nur uns den Takt schlägt Sondern ihm gelegentlich auch zu Hause mit dem Knüppel hinterher rennen will Die Unglaubliche Die Großzügigste Die Wahnsinnigste Ach, Krischer! Und ich gebe Ihnen die Ehre, heute bei Euch sein Geduld zu haben Welch ein fantastisches Deutsch In vortrefflicher Gestalt Für Euch heute hier auf dem Plane Tierius der Bahne Von den Spielleuten Fortuna Musiker! Und jetzt wünsche ich Euch ein bisschen Spaß Mit Leuten, die besser sind als wir Genau! Anders! 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 Aber die auch nicht bezahlt werden Und das Spiel ist vor allem ohne die Eindruck bekommen Dankeschön! Vielen Dank!